Würdest du eher Superman sein oder Batman? Oder würdest du eher keine Arme haben oder keine Beinefreunde? Das sind heute die Fragen, die Broxy und ich uns stellen werden. Wir werden spielen, was würdest du eher auswählen? Es wird immer richtig lustig und gerne auf den Like und auf den Abo warten und jetzt viel Spaß. Yo, was geht ab, Broxy? Ey, wie cool sieht das aus? Ey, das fährt von alleine. Das fährt von alleine, ne? Das ist cool, oder? Okay, sehr, sehr cool. Aber das Ding ist, Caspar, heute ist es ernst. Denn wir müssen eine Entscheidung treffen. Und zwar nicht nur einmal, sondern oft. Guckt ihr es schon an. Die nächsten Hunde wird hier schon. Okay, achso, entweder oder ist es, oder was? Genau, entweder oder. Und das ist uns entscheidender. Also entweder... Haben sie große Füße oder haben sie einen großen Kopf? Oh, ich sag, ich hab lieber eine große Füße. Ja, ich auch, ich bin lieber ein Clown, als nach einem Ballonkopf oder so. Ja, überleg mal, guck mal, ich mein, die Füße, da ziehst du einfach Schuhe an und schon siehst du das nicht mehr. Wow, guck mal hier. Guck mal, den großen Kopf, ey. Stimmt, wie das aussieht. Aber gut, ich find die großen Füße, find ich besser. Die sehen schon cool aus, ne? Ja, auf jeden, auf jeden. Weiß nicht, als irgendwelche Riesenlatschen oder sowas. Überleg mal, dass wenn du so einen Kopf hättest, also das geht... Oder der hier auch mit seiner Schatztuhe als Kopf. Der mit seiner Schatztuhe ist auf jeden Fall ganz heftig unterwegs. Ja, auf jeden, auf jeden. Okay, das nächste Ding ist auf jeden Fall schon, die nächste Frage geht es schon los. Ja, ich bin gespannt, was es wird. Und es wird... Würdest du... Nächste Runde... Okay, okay, dauert noch kurz. Oh! Seien sie ein epischer Nyan Cat oder ein super schnell Löwe... Ich mein, Löwe. Löwe natürlich, sag mal. Löwe auf jeden Fall, Kasper. Okay, und? Du wirst jetzt gespannt sein. Jetzt werden wir zum Löwen, oder? Oh! Oh, guck mal da drüben. Guck mal da drüben. Die Nyan Cats. Die sind einfach so kleine... Ist so ein... Die sind... Die fressen wir jetzt zum Frühstück. Ey, das ist doch richtig krass. Guck jetzt mal hier an, Alter. Ey, wie das aussieht. Ey, ich mein, ich mein, wir gehen mal in First Person. Das ist... Man ist voll schnell. Das ist voll abgespaced, oder so. Guck mal den Löwen von vorne an. Der sieht auch echt krass aus. Der sieht cool aus, ne? Cool gemacht auch. Ey, was stimmt denn mit dem hier nicht? Die Nyan Cat, die ist hier irgendwie in der Wand, oder so. Keine Ahnung. Stimmt, jaja. Aber die Nyan Cat, die esse ich zum Frühstück, ne? Sag ich, wie es ist. Die essen auch zum Frühstück. Oh, wir können ja sogar... Oh, es geht schon direkt weiter. Oh, die Mistrunde. Gucken hier. Ein Cheeseburger oder eine Pizza. Oder eine Pizza. Oh, das ist schwierig. Beides lecker. Ich mein, so ein geiles Stück Pizza oder... Pizza, 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 Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Cheeseburger. Oh, lecker. Lecker, Pizza. Und guck mal, die da drüben essen Burger, ne? Oder? Ja, die haben Burger hier. Guck mal, sie. Geht auch... Kannen wir uns nicht noch einen Burger schnappen oder sowas? Ja, ich glaub nicht. Du hast dich für eine... Was ist deine Lieblingspizza? Du hast dich für eine Pizza entschieden. Hm, Salami. Salami? Ich bin der leckersten, diese Hähnchen mit so Hollandaise. Weißt du, Soße? Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Schmeckt auch sehr gut. Kann man sich auch ganz gut reinfressen. Ja, auf jeden... Oh, es geht schon direkt weiter, sehe ich gerade. Geht direkt schlecht, geht es direkt weiter. Oh, okay, wir warten mal. Wir haben jetzt... Pass auf deinen Namen auf oder pass auf meinen Nachbarn Toro auf. Toro? Hä? Ich pass auf meinen Namen auf, hä? Ich pass auch auf meinen Namen auf. Hä, ist doch voll. Wer ist... Hä? Hey! Totoro! Hey, wer läuft als... Wer läuft als ich rum? Hä? Kasper? Hä? Leute, ich läuft als du rum. Ich bin du. Wieso bin ich irgendein anderer? Wer bist du denn? Wie siehst du aus? Ich bin der hier. Ich bin der hier. Ach so, ach so. Hi, na, ich bin du. Ich bin Brox. Ich bin Brox. Da ist auch jemand ich. Also, das ist schon cool, ne? Oh Mann, ich wäre lieber ich geblieben. Die nächste Frage beinhaltet... Einmal ein Kone sein? Was ist denn ein Kone? Das ist, glaube ich, so ein Hütchen. Ich will aber so ein Verkehrsdiener sein. Ah, ja, okay. Ich mach mal Hühnchen. Ich mach mal Hühnchen. Du bist ein Hühnchen dann? Okay. Ich bin ein Hühnchen hier. Yo! Guck mal, hier bin ich. Ich bin der Ampel. Der Liedernde, ich bin der Liedernde hier. Ich bin Ampelrucksack. Wo bist du? Ich spring hier rum, hier hinten bei euch. Ja, Brox, so. Ich bin Ampelrucksack. Einfach Ampelrucksack. Kurs, ich kann, guck mal hier. Wie schnell ich mich drehen kann. Guck mal hier, überall ist Kreuzung. Ihr wisst nicht, was jetzt gerade ist. Wo muss ich denn lang jetzt? Warte mal, kann ich mich da raufstellen? Guck mal hier. Hä? Ich dachte, weißt du, so übereinander stapeln. Aber geht nicht. Ey, das sieht da richtig crazy aus. Aber die nächste Runde, die geht auch schon los. Die nächste Runde fängt an. Dreck essen oder Sand essen? Okay, dann haben wir eigentlich bei Rot ganz gut entschieden. Wir haben uns ganz gut eigentlich entschieden. Also, wir müssen jetzt Sand essen oder was? Oh, anscheinend. Aber hier. Oh nein. Yum, 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 yum. Uah. Uah. Ey, wir werden ganz sandig. Ganz gelb. Stimmt. Oh Gott, ich werde grün. Ich werde grün. Bist du grün? Ich werde grün, ja. Ich werde sandig, gelb. Ich sehe. Du wirst doch auch grün leicht. Meine, mein, mein, mein Wassergehalt sind aufgesaugt. Ja, ja, ich glaube, dir ist ganz schlecht auf einmal oder nicht? Das ist ganz liebel, ganz kummelig. Oh mein Gott, so viel Sand auf einmal. Ich kann das nicht mehr essen. Das ist halt echt mega viel Sand. Es geht auch schon weiter hier, glaube ich. Ja, die nächste Runde geht gleich los. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall wieder entscheiden, Kasper. Wir können hier in ein Geschäft gucken, ob wir uns da noch was holen können. Oh, stimmt, stimmt. Wir können auch recht machen. Nächste Runde. Okay, komm, wir gucken mal kurz. Nächste Runde geht los. Und diesmal haben wir jetzt... Ein Alien oder ein Roboter? Alien, 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 Alien. Ich bin Alien. Was bist du bei dir? Ich will ein Roboter sein. Roboter? Ich bin ein Roboter. Du bist Broxo. Ich bin ein Roboter. Ich komme in Frieden auf die Erde. Hallo. Hallo. Guck mal hier. Ich bin Brox3CO. Willkommen. Ihr werdet zerschmashed. Wenn ich euch auf meinen Planeten sehe, dann war es das mit euch. Ich bin Brox3CO. Oha-I-I-U. Juhu. Wo ist Software... Niii-A-Jang-Lai. Chang-Bai-Gang-Kau. Viel geschlagen. Außer Kontrolle. Chang-Bai-Gang-Kau. Ich bin außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Ui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Zu viel Belastung. Haben sie einen Bagel oder haben sie einen Donut? Oh, da weiß ich ganz genau. Magst du Bagels? Ich mag Donuts. Ich auch. Magst du Donuts mit Füllung? Kommt drauf an. Willst du Otters posten? Ja. Wir müssen schießen gegen die. Schnell. Donut. Essen schlacht. Essen schlacht. Essen schlacht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich habe schon einen erwischt. Oh Gott. Oh. Ich habe schon zwei erwischt hier. Wo bist du? Aua. Aua. Ich habe einen Donut in mir hängen. Aua. Ach, du bist die Frau da drüben. Nee, du bist doch der Roboter. Komm, die haben wir hier gleich. Die haben wir hier gleich. Ja. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Ja. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber. Nee, die Aliens meintest du. Ey, komm mal hier kurz zum Laden. Fehler in der Software. Komm mal hier kurz her. Okay. Okay, warten wir mal. Warte mal, das ist nicht gerade. Ich möchte aber eins von zwei Chancen, eine Million zu gewinnen. Okay, ich mache die Chance. Ich mache die Chance. Bitte eine Million. Bitte eine Million. Bitte eine Million. Nein. 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 Broxo, ich wollte das in der Million. Die sind einfach gewonnen. Dinger, guck dir die. Oh, er sagt sogar. Er sagt sogar, ja ihr Gangster hat er geschrieben oder so. Gangner, Gangner. Gangner, Gangner. Jetzt beide gewinnen können. Einfach beide. Broxo, wie unwahrscheinlich ist es, dass wir beide nicht verlieren. Das wir beide verlieren. Das ist echt unwahrscheinlich. Aber jetzt muss ich in den Laden gehen. Jetzt muss ich noch mehr Geld ausgeben. Komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier in den Laden rein. Wir müssen doch locker schon ein bisschen Geld haben oder so, ne? Ja, du kannst auch echt Punkte kaufen. Ich hätte schon noch ein Skateboard. Achso. Wie viele Punkte habe ich dann? Bestätigen meine Punkte? Ah, mit Betab. Du hast 1000 Punkte. Okay. Dann kaufe ich mir ein Skateboard. Bestätigen. Oh mein Gott. Ich habe mir was gekauft. Warte mal. Hast du schon gekauft das Skateboard? Mein Skateboard geht nicht. Ich habe es nur in der Hand. Ach, Mano. Ich dachte, ich kann damit fahren. Okay. Oh, Mano. Warte mal. Ich kaufe mal hier was. Ich dachte, ich kann ein Skateboard fahren. Das war. Oh, das ist nicht. Guck mal, was ich mir geholt habe. Guck mal, was ich mir geholt habe. Hier, ein Unsichtbarkeitsummagen. Siehst du mich noch? Ja. Wie? Ey, Mann, das hat gerade 1000 gekostet. Ich kann aber mein Skateboard auch nicht fahren. Es hat einfach keine Schlage gemacht. Mann, also jetzt guck mal hier. Ich will das Ding hier. Ja. Das habe ich dem jetzt geklaut. Das geht mir jetzt. Jo. Jo. Mach's gut. Ich komme wieder. Ey, nein, nein, nein. Ich sage hier, das Linke. Dein Arm verlieren und deine Beine verlieren. Oh, ich will die Arme verlieren. So, jetzt gerade stehe ich auf dem Gerät hier, Mann. Da will ich auch mit rumfahren. Ich bin Stephen Hawking. Nein. Oh, nein. Aber. Guck mal. Guck mal. Alter. Ich kann immer noch fahren. Nee. Ich kann immer noch mein Skateboard halten. Ja, aber du hast dafür keine Beine mehr. Du kannst nicht mehr skaten. Ich kann immer noch fahren. Hier. So, der Langfaden. Oh, so ein schöner Ausblick da draußen. Der Ausblick da draußen ist echt nicht schlecht. Ja. Es geht auch schon direkt weiter, sehe ich gerade. In drei Sekunden. Okay, ich bin gespannt, was in dieser Frage sein wird. Ich will wieder Arme haben. Bitte. Gebt mir wieder Arme zurück. Bitte. Hallo. Ich will auch meine Beine wieder zurückhaben, Caspar. Ich habe keine Beine. Keine Beine, keine Arme. Und? Glücklich sein? Hä? Was ist das für eine Frage? Natürlich glücklich sein. Oder ist es jetzt gerade keiner auf traurig? Komm, ich gehe mal auf traurig drauf. Oh, nein. Was ich jetzt sage, weißt du, Geheimattacke. Geheimattacke. Nein. 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 Komm, ich bin glücklich, obwohl ich gar keine Beine habe. Lass mich. Ich bin traurig. Ich will hier rausgucken. Ich bin traurig. Traurig, du hast keine Arme mehr. Ich habe keine Arme mehr. Das ist echt mega, mega gut. Schreibt dir eine da auch. Wuhu. Krrrrra. So, was hier die letzte Frage gleich sein wird, Caspar. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, mein Gott. Und sie wird sein? Ventil oder elektronische Kunst. Oh Gott. Ventil oder elektronische Kunst? Da sage ich ja fast schon elektronische Kunst. Ventil, 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 Ventil. Wie Ventil? Ich wollte gerade sagen, sag mal. Nein. Ach so. Au. Hau ab. Wie? Was können wir machen? Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich fahre hier weg. Ich fahre hier weg. Ich fahre hier weg. Oh. Die haben mich schon ganz aufgeschlagen. Ich fahre hier weg vor denen. Au, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Broxo. Nein. Jawohl. Ich habe mein Segway verloren. Ja, ich habe es. Nein. Ich habe es. Als wenn du es jetzt hast. Nein. Au rein. Oh Mann. Ich muss das wieder mit lernen, damit zu fahren. Ja, du Assi. Au rein. Hey. Ich habe es verloren. Hier ist es. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Es sind zwei Teile geteilt. Ach Mann, Broxo. Das reicht für heute. Batman oder Superman? Superman. Ich werde doch einmal zu allerletzten Superman. Ich ne Batman. Ich ne Batman. Superman ist blöd. Nein, der ist blöd. Superman ist cool. Guck. Hau rein. Du ober Batman. Kann ich doch auch. Das kann ich auch machen. Oh mein Gott. Wie auch ich fliegen kann. Du bist ja ganz oben. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Ja. Jetzt. Du sagst, der hängt ja gar nicht fest. Der Haken. Mann. Ich kann das nicht so wie du. Hätte ich doch bloß Superman genommen. Batman ist blöd. Der kommt von oben. Ich hab hier. Oh. Du hast fast abgeschossen da. Guck mal hier. Bam. Au. Wow. Du ziehst mich mit. Du ziehst mich mit. Hallo. Hilfe. Auf. Auf. Ja, die hat's Kontrolle. Wow. Und jetzt lass ich das Fliegen sein. Nein. Oh. Ich bin Dino. Ich bin auch ein Dino. Wir müssen die kleinen fressen hier. Die kleinen Schweinchen oder was das ist. Was soll ich sagen. Das war auf jeden Fall einfach richtig wilde Rundenfreunde. Hätte ich doch am Ende bloß nochmal Superman ausgewählt. Hat auf jeden Fall trotzdem ultra Bock gemacht. Wenn es euch auch gefallen beim Zuschauen. Haut gerne auf den Like oder auf den Aborten. Tut mir das auch gefallen. Check gerne eins von anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ciao. Ciao, ciao.